Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Terraria Together! Realtor ist wieder da, yay! Und er ist ein bisschen krank, also nicht wundern, dass er ein bisschen merkwürdig klingt heute. Also anders. Ja, das, äh... Kommt vor. Haha, ja, das stimmt wohl. Das kommt vor, ja. Ähm, so, was steht heute auf dem Plan? Alles? Auge besiegen? Angst? Genau, wir wollten uns uns heute mit dem Auge von Cthulhu anwägen. Ach, übrigens der Zom- äh, nicht der Zom- äh, der Alien hier. Ja, der Zombie. Der Zombie-Alien, Alien-Zombie. Und, äh, wir haben halt hier so ein paar kleine... Wir müssen noch in der Gruppe gehen. ...updates gemacht, ja. So, visuelle Updates. Blau wieder. Ja. Immer blau. Ja, übrigens, ich hab, äh, was wollte ich jetzt sagen? Ich hab irgendwas gefunden, Mondglanz war's. Genau, das hab ich dir gegeben. Ja. Hab ich auch schon weggeräumt. Weil wir da ganz nette Potions draus machen können. Wofür wir allerdings Platin brauchen, was irgendwie doof ist. Oh, das müssen wir noch finden. Ähm, und ich hab nen tollen Bumerang bekommen von Vietor. Verzauberter Bumerang. Yay. Und ich könnte mal meinen Bogen wieder ausrüsten. Ja. Oh, schrecklich. Ja, das ist aber nicht so schlimm. Also, wenn irgendjemand, wenn's irgendjemand stört, dass er hustet, der kann jetzt wegschalten. Danke. Warte, hier merke ich doch was. Nein, hast du noch irgendwo nen Dreckblock? Ähm, ich hab Lehmblock noch. Nein. Nein, Lehmblock ist doof. Dreckblock muss da unten rein. Müsst du da von unten einholen. Und wir wollten aber zuallererst ein neues Haus bauen. Genau. Weil wir jetzt noch ein paar Charaktere kriegen müssen. Ja, wollten wir dafür nicht Tonziegel irgendwie machen. Genau, ich hab auch schon Tonziegel irgendwo stehen, liegen, sitzen. Die Tür geht nicht auf. So. Du musst von der weggucken. Jetzt. Oh. Fail. Oh. Fail. Faked ja schon wieder super an. Epischer Fail. So, wo hab ich die Lehmblock? Ach, die kann ich auch noch mal. So. Wir haben das Ruckelproblem auch ein bisschen in den Kluft bekommen, aber nur ein bisschen. Ja, jetzt haben sich deine Frames, glaub ich, schon verdoppelt oder so. Von 7 auf 14. Das waren 5 und jetzt sind es 13 momentan. Oh, sogar fast verdreifacht. Wahnsinn. Das ist jetzt auf jeden Fall besser. So, wie viele Ziegel hast du denn? Noch gar keine. Bin noch am machen. Such die gerade, weil ich hab so viel Zeugs, was ich hier machen könnte. Ja, was? Ich baue schon mal. Ich komm dann dazu, wenn ich fertig bin irgendwann in drei Jahren oder so, ne? Ja, das ist wahrscheinlich schon eine sehr gute Zeit. Wunder Siegel? Ja. Das Summe ist, wenn die Frames so niedrig sind, dann dauert das ewig. Wobei, jetzt geht's. Rechtsklick gedrückt halten müsste auch gehen. Aber es dauert trotzdem ewig. Jetzt bin ich bei 60, 70, 80, 90, 96 Siegel. Okay, das passt. Dürfte ja für ein Haus reichen. Oder für den untersten Stock. Ei. Ja, auf jeden Fall. Aber... Upsala. Warte. Eh. Was kommt da eigentlich für Türen dann rein? Hm, das hab ich auch gerade überlegt. Steintüren wären cool. Ziegeltüren wären lustig. Steintüren gibt's leider nicht. Oh. Terraria, why? Why? Warum? Mann! Das wär doch voll toll. Ups. Da war ich ein Weg. Ups. Eh. So. Dschuuu. Dschuuu. Und zwar habe ich überlegt, ob ich dafür jetzt Dschungelholz suchen gehe. Ich hab... Ne, doch nicht. Ich dachte, steht Kaktus da. Wo war denn noch mal unser Dschungel? War der links oder rechts? Ich gehe mal. Okay, dann gehen wir jetzt den Dschungel suchen. Lassen das Bauprojekt erstmal so schleifen. Weil das Mahagoni-Holz echt cool aussieht. So, ich folge dir. Und ihr seht, ich kann mich wieder besser bewegen. Yay. Yay, du kannst dich bewegen. Schön. Ja, und ich muss nicht mehr Angst haben, dass ich irgendwo unterstütze, weil ich... ...schneller und schneller bewege, als ich seh. Wobei ich trotzdem vorhin dann den Fail geleistet hab und trotzdem runtergefallen bin. In der Korruption. Und... Aber nur 47 Fallschaden bekommen hab oder so. Ja, weil du ja mit deinem Equipment rumcheatest. Ja, ich hab 25 Abwehr. Er nicht. Er hat nur 15. Ha. Ja. Aber dafür hab ich eben das volle Dschungelset, was mir eben Boni gibt. Und du kriegst überhaupt keine Rüstungsboni, weil du... Geht's hier runter. Oh Gott. Oh Gott, das ist tief. Äh... Und ich seh wieder den Boden, also sonst hab ich da ja immer... Ich weiß nicht, ob du das schon gesehen hast, sonst hab ich da irgendwie so schwarze Dinger... Ja, ja, doch, das hab ich schon gesehen. Das ist irgendwie ziemlich uncool. Da hab ich immer Angst gehabt. Oh Gott, wo fall ich hin? Wo fall ich hin? Nooo. So. Und jetzt seh ich wieder alles. Ich seh... Alles. Wir hatten nämlich... Irgendwie hat sich nach dem Update meine Einstellung nämlich total verhauen und... Irgendwie... So. Och. Oh, da, la, 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 la. Ich weiß, was du sagen willst. So. Schrecklich. Ja, das bin halt ich, ne? Ah! Wir können doch so'n Alien nicht erschrecken. Das ist tödlich. Ja. Stirb. Und tot. Wunderschön. Aber auch nur, weil ich ihn zuvor geschwächt hab. Sonst hättest du nie... Äh... Ne, 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 ne. Nur weil ich es so super aimen kann zwischendurch. Nicht immer, aber immer öfter. Nn, nein. Hoppala. Doch. Da ist der Baum. Einer von vielen. Und wieder ein Regenschleim. Regenschleim. Boah. Uh. High Speed. Ich hab' den Regenschirm grad' nicht ausgerüstet. Uff. Brauchst du nicht. Nicht mit meiner Abwehr, ne. Naja, Fallschaden kann ich immer noch umbringen. Aber... Du hast ja auch noch deinen Doppelsprung. Und? Deine E-Fallpansche? Die, für die ich eh viel zu langsam bin beim Fallen. Also. Einfach E drücken. Irgendwohin. Und dann ist es wahrscheinlich nach oben und bringt mir so viel. Ja, gut. Deine Maus musst du schon einsetzen können. Da. Wo ist der Boden? Wo ist der Boden? Wo ist der Boden? Ziemlich weit unten. Ähm. Doppelsprung und oder so. Und oder so. Ich hab' einfach gut Glück. Ich hab' nämlich nichts gesehen, weil mein Fenster so klein ist. Aber es muss so klein sein, sonst drückelt. Hey, ich hab' doch eh gedrückt. Mann. Zu langsam. Nö, ich hab' während dem Fallen eh gedrückt. Da bist du wahrscheinlich direkt aufgekommen. Nein, da war ich noch im Fallen, als ich gedrückt hab. Und als du die Tante losgelassen hast, warst du auf dem Boden. Oh, Mann. Der weiß so viel über mich. Nö. Mimimi. Ich bin der Tod. Ich töte Menschen. Ach. Und ich töte Menschen auch, weil ich nämlich ein Alien bin und deren geilen Gewalte und Köpfe fresse. Das ist unsere... Schmeckt gut. Ja, schmeckt echt gut. Coole Pyramide. Ja. Da, aus dem Sandstein. Ich glaub' die Pyramide werden wir auch noch irgendwann abbauen. Blume. Oh. Hey, das könnte man sogar aufsammeln. Ja. Habe ich schon letztes Mal gesehen. Und deswegen kann man die abbauen. Du hast das aufgesammelt. Ja, dass wir Kaktus abbauen können schon. Aber die Blume war, glaub' ich, sogar noch ein ganz eigener Kaktusblock. Ja, die ist auch für pinken Farbstoffortes so da, also ziemlich nützlich. Wenn man sich... Ich? Wenn man sich pink fern will schon. Was ich nicht vorhabe. Ah. Sehr schön. Wir sind ja schon im Dschungel. Ups. So, jetzt schön den Dschungel abholzen. Jetzt sind wir mal ein Beispiel moderner menschlicher Zivilisation. Ein Musterbeispiel. Rich Mahagoni. Und das sind dann... Ja, das ist richtig. Also wenn wir Eicheln auf Dschungelboden pflanzen, dann wächst da draus Mahagoni. Hey. Das siehst du, das hier sind die normalen. Die sind auf den grünen Abschnitten, auf den dunkelgrünen. Ups. 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 Ziemlich weit drüben. Ne, die ist gleich hier. Um die Ecke. Ja, da. Erst. 120 Schritte. Habe ich jetzt noch vier Mahagoni. Ich bin dafür, dass wir irgendwann auch versuchen... Also gerade eben, als ich zwei Sprünge gemacht habe, war ich schon drüben in der Korruption. Wurde mir eingezeigt von Hintergrundmusik und Hintergrund und allem. Und deswegen bin ich wieder geflohen. Ja. Ja, was denn? So. Ich hab halt Angst. Äh, aber was ich sagen wollte, war, dass wir dann versuchen sollten, irgendwann... Das werden wir wahrscheinlich aber nicht in einer Aufnahme machen, sondern einfach so... Äh, einen eigenen Dschungel in unserer Nähe zu pflanzen. Ja, das können wir machen. Dann müssen wir das so so... Also relativ in unserer Nähe. Wir müssen so Matschblöcke mitnehmen, oder? Ja, wir bauen Matschblöcke, wir brauchen Dschungelgras-Samen. Okay. Wir brauchen... Ja, und das war's eigentlich schon. Dann Eicheln. Ganz viele Eicheln. Ja, das haben wir ja. Da haben wir ja so viele, weil wir noch gar nicht wirklich aufgeforstet haben. Ui. Huch, was war denn das jetzt? Der Sandlöwe-Diener da. Sandameisenlöwe. Ja. Gut. Ah. Nicht sterben. Dann was trinken. Wenn du was trinken musst, dann trink einfach, ne? Stört in der Aufnahme mit's nicht. Ja, ja. Weil man ja immer sagt... Das habe ich auch vorher auch schon gemacht. Weil man ja einfach sagt, in der Aufnahme soll man nicht trinken. Wenn man krank ist, darf man da jetzt also... Naja, wenn man krank ist, darf man nicht aufnehmen. Hm, doch, darf man. Ist dann der Umkehrschluss. So. Ist ja auch egal. Wir sind ja hier nicht so... Oh. Wir sind ja die Professionalität im unpräprofessionellen Bereich schlechthin. Genau. Und er wollte mich... Oh, jetzt habe ich schon... Ich bin so schlecht. Ja. Kann man nicht abstreiten. Ansonsten fällt mir auch gerade ein, wir können ja einfach unseren Spiegel nehmen. Oh, ja. Weiß nicht. Sag du's mir, warum du da nicht dran gedacht hast. Schneesturm. Oh. Ups. So. Wir wollten das Haus weiterbauen. Genau. Ich bastel schon mal die... Mahagoni-Holz-Türen. Im anderen Haus ist ein Goldfisch. Oh man. Soll ich dir auch noch mein Mahagoni-Holz geben? Das kannst du gleich machen. So, wo ist es denn? Da. Dann kannst du dir schon mal die... Türen... anschauen. Die Türen bewundern. Danke. Ja, wir brauchen noch Fackeln. Oh, die haben sogar ein Fenster. Jetzt können die Zombies reingucken. Oh nö, jetzt können sie spannen. Oh. Mach auch die Wände oder Ziegelwände? Oh, das ist eine gute Sache. Das will ich dir gleich erzählen. Okay. Beziehungsweise das will ich dir gleich zeigen. Lass mich versuchen, dich zu überraschen, wenn ich finde, was wir haben. Okay. Okay. Was ich brauche... Ah, das brauche ich. Pinky Prickly Pier. Pinky Prickly Pier heißt es. Wird verwendet, um großer Farbstoff zu machen. Und zwar wird das jetzt voll der Edelschuppen. Okay. Ich mach schon mal Fackeln dran. Warte, warte. Normale Fackeln reichen für einen Edelschuppen nicht. Okay. Das müssen besondere Fackeln sein. Oder ein Kronleuchter. Habe ich aber gerade keinen. Tut mir leid. Als Zombie habe ich sowas ähnliches. Ah, warte. Warte, mir fällt gerade was ein. Ja. Oh, das wird ein richtig cooles Häusle. 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 Wenn ich finde, was ich suche. Ach ja, wir haben hier übrigens jetzt auf dem Dach ein Bächlein angepflanzt. Nur, dass es ist. Und es noch nicht bemerkt habt. Und so. Ja. Das sieht man auch so schlecht. Mal sehen, wie das aussieht. Ui. Nein. Du bist abgestützt? Ne. Ein bisschen wenig. Ja. Ja, das stimmt. Du kannst... Oh, was habe ich? Weiß nicht. Ey. Aber ich kann das hier. Guck mal. WTF. Das sieht ein bisschen blöd aus. Das habe ich wohl von irgendeinem Schleim gedroppt. Gedroppt. Sehr cool. Fine. Ich schieße Leute ab. Oder die Tür. Oh, ich könnte die Pinguine abschießen. So. Wie viele Ziegel habe ich denn jetzt? Äh. Hast du noch Ziegel? Kannst du mir die geben? Bitte? Wies. Ich muss noch keine Pinguine abschießen. Moment. So. Äh. Wo sind wir dann? Roter Ziegel. Bitteschön. Nein. Ich wollte auch nicht auf... Du stehst schon wieder beim Sparschwein. Da, jetzt hast du sie. Moment. Danke. Sehr schön. Und zwar habe ich eine ziemlich coole Idee. Ich hoffe das funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Da sitzt ein Alien auf dem Dach. Und du kannst schon mal gucken, ob wir... Du kannst mal... Ja. Verdammt, wir haben keine Diamanten. Sonst hätte ich gesagt, dass wir weiße Fackeln machen. Oh, die wären voll episch geworden. Haben wir noch irgendwelche andere Steine? Ja gut, wir haben noch Topaz, also gelbe Fackeln. Wir haben noch Smaragde, also grüne Fackeln. Die sind, glaube ich, oben in der goldenen Kiste. Und ich bin derweil beschäftigt. Ich gucke auch nicht, keine Sorge. So, wo sind sie denn? Da, Golderz. Wertebräder, wie das heißt denn? Ein Einhorn-Dings. Ähm. Hornissenstachel. So. Robo-Shirt, Robo-Pants, Robo-Mask. Keine Tropaz. Dschungelsporen. Das brauchen wir doch, oder? Dschungelsporen. Die brauchen wir auf jeden Fall. Gut. Da ist sie nicht drin. Da, die waren in der grünen Kiste. Und da haben wir 13 Platin-Barn noch. So viel zum, wir brauchen ganz viel Platin und so, ne? Ja. Ja, aber sind das noch Platin-Erze? Nee, warm. So. Einfach gelbe Fackeln mal gemacht. Nicht noch nicht rüberkommen. Noch nicht rüberkommen. Ich hab eh noch nichts gesehen, weil mein Fenster so klein ist. Ich leiste der Alison so lange die Welt auf Teil. Was laberst du denn? Ich wünsche... Ja, Ruth wäre vorsichtig. Es nervt mich täglich seine Glieder zusammen nähen zu müssen. Wer ist der Ruth? Gut. Ah, okay. Ich weiß, was der Fehler war. Kein Fehler? Ja, ich hab... Dreh deinen Kopf und huste. Los, mach! Hast du den Kreis um den Dungeon-Schreiten sehen? Der scheint Probleme zu haben. Ja, den haben wir gesehen, aber ich hab ihn nicht angesprochen. Darauf hab ich keine Lust. Möchtest du einen Lollipop? Jaaa! Pfff. Aber wer ist der Ruth? Die Laberdauern von dem Yerud. Okay, jetzt passt's. Sag mir dann, wenn ich rüberkommen kann. So, was laberst du denn zu, Jack? Du solltest hier danach drin bleiben. Klar. Klar. Kenn ich. Hm, kenn ich auch. Sie sollen werden nichts machen. Das kenn ich auch schon. Oh, yes. Okay, du kannst... Äh, nein, du kannst noch nicht. Oh, jetzt hab ich mich krass voll gefreut. Dann habe ich so lange mit Edwin da unten. Jetzt kommst du. Jetzt bin ich auf der anderen Seite raus. Ich darf nicht rüber. Du hast ein Fenster gemacht. Und jetzt kannst du noch die Fackeln machen und dann... pack die mal auf die Siegen, sonst hab ich hier keinen Platz. Okay, das sieht interessant aus. Uh. Das ist voll cool. Uh. Und das sieht total lustig aus, wie ich mit der Fackel rumrenne. Oh Mann. Und zwar habe ich eine Kombination aus, äh, Ziegelwand und Mahagoni-Wand genommen und in die Mitte hinten so eine Glaswand. Das sieht geil aus. Mal sehen, wer da reinzieht. Der muss aber auch voll edelt sein. Da kommt eh es später am Tag, ne? Ich schätze mal. Aber das ist... Voll fischig! Ah, das gefällt mir. So, und dann mache ich noch mal noch eine Sache. Das wird voll des Edel-Apartment. Äh, hehehehe. Hehehehe. Nein. Nein, es geht nicht. Nein! Ich hoffe, das müssen wir aber nie, ähm, putzen oder so. Hm, äh, es regnet doch häufig. Ich geh noch hier. Ja, deswegen. Apropos, ich könnte bei mir mal wieder Fenster putzen. Da-da-da-da-da-da. So. Ah, nein. Goldfischi.